wir machen die tüter noch nicht auf wir warten kurz bis wir uns wieder geheilt haben hier lag ja sonst nicht wirklich was sinnvolles rum hier habe ich ein paar septimen übersehen war sogar ein paar mehr das war ja super gemein so ich bin so doof ich wollte gerade speichern mal falsche hotkey tschuldigung machen wir es halt noch mal so nummer eins so dann machen wir halt noch mal oh man warte ein septimen ist mit geflogen ich hab's genau gehört wohin wo ist diese eine septim ich brauch den unbedingt sehr komisch so dann wird gespeichert ich wusste dass ich euch finden würde moin tschau skiver ach der ist schon tot so amethyst war hier irgendwo in irgendeiner urne war was ach da ist noch jemand wo kommt ach so die wurde glaube ich gerade wieder auferstanden so ist die nämlich auch weg hui ascherhaufen die halskette nämlich wieder mit hier ist nichts hier können wir zumindest noch ein bisschen was looten und uns das noch mal tschuldigung sorry war mehr oder weniger keine absicht aber ich fand's schon lustig so tschau diese langweiligen skelette hier ist leer Jetzt speichern wir lieber 10 mal zu oft. Hier war glaube ich der Meister, ne? Ne, noch nicht. Hier war noch mal Skelette. Aber die sind hier sehr gut getarnt. Aber dann können wir auch eigentlich mit Beschwerden durch. Ach hier, die Bogenschützen. Ganz ehrlich, ist mir gerade egal. So, dann würde ich aber sagen, wir reparieren mal, also wir klatschen das Ding hier wieder voll. Okay, warum bloß zwei Stück? Macht ja nichts. Der Sarg ist leer. Der Sarg ist leer, der ist leer. Komm schon. So, beim vier Meisters down. Hier kommt sie. Okay. Und wir sind noch immer nicht infiziert. Wobei es vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen wäre, wenn wir den anderen infizieren. Einen Vampir in den eigenen Reihen zu haben. Kann das, äh, kann das so verkehrt sein? Irgendwo da hinten ist anscheinend was. So, sonst, äh, haben wir hier nix. Hier waren bloß die ganzen Schuhe. Hm. Auf jeden Fall wieder speichern. Ich liebe es, wenn das Essen wir dir nicht haben. Super. Die Alte wollte es halt richtig. Okay. Haben wir. Nice. Hm. Er kriegt das hin. Oh, was haben wir denn hier? Ein Skelett. Dafür bekommst du hier lumpige Scheiße. Aber auf jeden Fall sehr cool. Noch ein Skelett. Ich will, dass da aufgeht. Okay, da ändert sich dann aber auch nix mehr. Oh. Ach, komm schon. So, hier rüber. Jetzt aber. Drei Ketten. Und keine... Kann ich wirklich zuordnen? Ich befürchte fallen. Okay, das ist ja das Tor. Was genau ist passiert? Oh Gott. Hat er mich gerade erschrocken. Das macht diese Tür zu. Und jetzt ist hier offen. Aber ich kann doch hier bestimmt eh irgendwie Ja gut, ob ich da jetzt zurückkomme oder nicht. Ganz ehrlich. Wir können es ja noch schnell. Das war, glaube ich, diese Tür. So, jetzt ist beides offen. Aber was hat... Ach so, da ist große Waffe da. Hab ich sie leer? Ja, okay. Nach diesem schweren Rätsel erstmal speichern. Moin. Immer noch keine Pilze. Oh. Okay. Ciao. Hm. So, du kommst auch in meinen Stein. Dann kann ich doch jetzt schon wieder aufladen. Und so bekommen wir das Schwert langsam aber sicher wieder komplett voll. So. Nichts lootbar. Komm, hier ist doch normalerweise immer irgendwas versteckt. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. So, bitte steck mich nicht an. Dankeschön. So, Vampir Staub nehme ich mit. Hat er irgendwas cooles? Was macht das hier? Geil. Ich will sowas haben. Eine Rubinchen. Noch einer. Die Schätze sind also eigentlich immer auf dem Boden. Hier ist noch einer. Makellos sogar. Ich glaube das reicht. So. Wieder speichern. Ein Abschnitt in dem wir kein Vampir sind. Ist ein guter Abschnitt. Eisen zwei hinter der Verminderung. Auf jeden Fall ist er Geld wert. Nehmen wir also mal mit. Sonst ist hier nichts. So. Die hat sich nicht mal wirklich wehren können. sicher ist sicher. Nirgendwo Pilze. Mögen Vampire keine Pilze? Junge, die ist schnell. ich komme sofort zu die ich muss nur kurz looten. War hier sonst irgendwas? Die Särge sind halt leider alle leer. Keine Reichtümer da drin. Ach Mist, hätte ich mit dem anderen Schwert machen sollen. Wo ist eigentlich der andere Trottel? Sag mir bitte nicht dass wir den verloren haben. Junge, was ist mit dir? Ich kann auch nicht mehr mit ihm reden. Er schleicht hier immer noch. kommt jetzt mit oder ja okay naja solange er mit kommt ist ja alles gut er ist halt wirklich sehr langsam so hier ist nischt ich glaube da hoch müssen ich sterbe nicht Kopf ab Direkt wieder speichern wo ist unser okay er kommt nach ja ganz ehrlich ich weiß nicht ob wir den als Wache brauchen weil gefühlt taugt dir halt gar nichts wow hier müssen wir vorsichtig sein und ich weiß nicht ob er das schafft aber es gibt Geld aber er ist durch immerhin okay ich hätte also auch schlau sein können und ihn da warten lassen okay der ist ein bisschen stark und dann ist eben auch noch alter okay der ist schon ziemlich stark und dann darf man es halt auch noch nicht wirklich erwischen das kommt halt noch hinzu warte ich mache erst Feuer aus ähm jetzt geht's plötzlich nicht mehr ach doch jetzt ist aus okay sonst das waren alle leichen ich will halt irgendwie ein bisschen in Sicherheit bleiben Vampir Meister hat schon ordentlich Schaden bekommen oh ist der der andere ist tot wahrscheinlich haben wir den auch ab und zu aus Versehen getroffen so wir rennen da mal rein okay diesmal war easy diesmal war halt richtig easy so das nehme ich mit den rest kann er behalten gerade ihm war da noch schwieriger so sonst ist hier irgendwie noch geiler Loot oder so also hier draußen bevor ich da weiter reingehe leerer sarg leerer sarg ich würde fast vermuten und die sind die sind einfach alle leer oder wo geht's denn weiter wir sind hier wir müssen irgendwie irgendwie da lang wie komme ich da lang oder soll ich draußen bleiben wie will will wind heiligtum aussichtspunkt abgeschlossen gerade übersehen. So, hier schönes Licht. Ach, das ist das Wort. Trauriger Wicht. Bam. Ciao. Ich krieg das Wort, aber ich sehe kein Vampir mehr. Ja. Warte mal, das waren Druckplatten. Bestimmt nicht gut. Was lernen wir? Ich würde fast vermuten, wir haben keine Seele mehr. Nee. Natürlich nicht. Und der andere Heini, der fehlt halt auch schon wieder. Wobei mir das ehrlich gesagt inzwischen so ein bisschen egal ist. So, jetzt ist er nämlich wieder da. Jetzt soll ich da aber auch wieder rein. Ich verstehe das nicht. Was genau? Ach, hier rüber. Da geht's also auch noch weiter. Hier ist doch gar nichts mehr. Oh. Das ist angenehm. Vulkanglasrüstung. Ich würde sagen, die ziehe ich mir gleich an. Hm. Schwung geil. Viel mehr Rüstung. Wie komme ich denn da hin? Bestimmt irgendwie doch von draußen. Oder? Praktisch irgendwo hier weiter unten. Hätte ich jetzt vermutet. Irgendwo muss es doch weiter gehen. Von da kamen wir. Hier ist nischt. Das Ding ist, man sieht halt nicht, in welcher Ebene man ist. Das Bollwerk ist auch abgeschlossen. Also vom Prinzip, irgendwo muss halt noch ein Vampir sein. Aber im Großen und Ganzen wäre es das dann auch schon gewesen. Vielleicht schau mal hier einfach mal weiter.